Nein! Das hier ist überschätzt! Es ist so schlecht, so unterirdisch, kitschig und gewöhnlich, so banal und langweilig! Du bedienst jedes Klischee, du biederst dich deinem Leser an, du verweigerst ihm das Geschenk, ihn zu überraschen und auf höchstem Niveau zu unterhalten. Das ist Gosse! Damit verdienst du vielleicht richtig Kohle, aber was du erzählen wolltest und vor allen Dingen wie, das ist da nicht mehr drin.